Ich bin Nils Menk, ich bin 31 Jahre alt, spiele Power Forward. Als ich mit Basketballspielen angefangen habe, war mein Idol Scotty Pippen. Mich hat einfach seine vielseitige Spielweise beeindruckt. Mein bisheriges Karriere-Highlight war ganz klar 2012 der sportliche Aufstieg in die WBL mit den Kirchheim Knights. Gerne treffen würde ich auf jeden Fall mal Hagen Räther, das ist ein Kabarettist und ich sage mal, das ist einfach jemand, von dem ich mir gerne die Welt erklären lasse.